Heute haben wir die coole Neuheit von Pegasus und zwar das Pegasus Savona Evo 10 mit Bosch E-Bike ABS. Dieses Fahrrad wurde in der Zeitschrift Willemotion als sehr gut getestet in der Kategorie Trekkingrad. Und ob wir es bestätigen können oder ob wir es anders sehen, das erfahrt ihr nach dem Intro. Das Savona besitzt von Bosch den 75 Newtonmeter Mutter, den Bosch Performance Line 6 in der zweiten Generation. Dazu ein integrierter 500 Wattstunden Akku, den wir haben. Und auch ganz interessant ist, gerade für den Fahrkomfort haben wir einen verstellbaren Lenkervorbau, wir haben die ergonomischen Handgriffe. Eine Luftfedergabel, ganz interessant, die kann ich optimal aufs Gewicht einstellen, dass ich dementsprechend die Schläge nicht eins zu eins durchkriege in den Rücken oder in die Schultern sozusagen. Dann haben wir hier von Schwalbe noch den Marathon Plus Reifen drauf. Wie ihr wisst, ist der Reifen natürlich besonders pannsicher, das heißt, dass wir nicht so schnell einen Platten bekommen würden oder so schnell einen Platten kriegen. Dann interessant haben wir eine 10-Gang-Deore-Kettenschaltung, die ganz interessant ist, weil die eine sehr, sehr gute und harmonische Übersetzung hat. Gerade so für kurze Strecken, aber auch für Trekkingradfahrer natürlich vollkommen ausreichend. Was euch natürlich besonders interessiert, ist natürlich klar das Bosch E-Walk ABS-System. Und zwar, wie es hier ist, ist es super interessant, weil es eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr hohe Sicherheit mir bietet. Gerade jetzt in der kalten, in der nassen Jahreszeit, wenn ich wirklich auf unbefestigten Untergrund bremsen möchte oder auch eine gefällige Situation habe, wo ich schnell reagieren muss, ist das Schöne bei dem ABS-System, man kann es vergleichen wie beim Auto, dass die Bremse nicht komplett richtig durchpackt, sondern die Bremse immer ein bisschen löst, damit ich die passende Kontrolle über das Fahrrad habe. Besonders Highlight ist bei dem ABS-System sogar, dass wir einen sogenannten Überfallschutz haben. Das heißt, wenn das Hinterrad anfängt zu steigen, haben wir da den großen Vorteil, dass das System erkennt und da dementsprechend die Gefahr natürlich deutlich verringern kann, sogar wegnehmen kann sozusagen. Und zwar ist das so, wir haben natürlich das Schöne beim ABS-System, wir haben hier oben eine Kontrollleuchte. Sobald das ABS-System aktiv ist, blinkt es auch dementsprechend mit auf. Und das Besondere ist bei der Bremse, wenn man da genau hinguckt, haben wir sogar zwei Bremsscheiben sozusagen, um damit das ABS-System natürlich optimal auch nutzen zu können. Schön ist aber beim ABS, ihr habt natürlich einen sehr, sehr großen Wert an Sicherheit und vor allem habt ihr die große Möglichkeit, dass ihr euch mit sowas natürlich selbst optimal gerade im Alltag schützen könnt einfach. Wie ihr seht, können wir hier der Zeitschrift Will & Motion nur voll und ganz zustimmen. Das Pegasus Savona Evo E10 mit ABS-System ist natürlich ein super durchdachtes Fahrrad. Gerade in puncto Sicherheit kann natürlich hier extrem viel punkten auf das Fahrrad. Dann natürlich den großen Vorteil, dieses Rad ist natürlich optimal, dank seiner Ausstattung natürlich optimal für den Alltag gedacht, aber auch für längere Touren. Das besondere Highlight oder das besondere Bonbon für euch ist, das Rad ist aktuell reduziert und zwar von 4.099 Euro auf 3.333 Euro. Kommt vorbei, ihr könnt das Rad gerne auf unserer Outdoor-Teststrecke Probe fahren und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020